Alle Aspekte des Göttlichen sind Manifestationen des Höchsten Selbst. Kommentar zum 389. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt Svayam Brahma, Svayam Vishnu, Svayam Indra, Svayam Shivaha, Svayam Vishvam Idamsarvam, Svasmad Anjana Kinchana. Das Selbst ist Brahma, der Schöpfer. Das Selbst ist Vishnu, der Erhalter. Das Selbst ist Indra, der Höchste, der Götter. Das Selbst ist Shiva, der Zerstörer. Das Selbst ist dieses ganze Universum. In der Tat existiert nichts außer dem Selbst. Selbst die Aspekte des Göttlichen, Brahma, Vishnu, Shiva und auch Indra als Höchster der Engelswesen. Letztlich Vishwa, die ganze Welt, physisch-astral-kausal. Alles nichts anderes als das Höchste Selbst. In der Tiefe deines Wesens bist du eins mit allem. Du könntest auch anders ausdrücken, praktischer gesehen. Wenn etwas Neues in dein Leben eintritt, dieses neue Eintreten, Brahma, das Geschaffene, das bist du. Wenn etwas weggenommen wird aus deinem Leben, das bist du auch, Shiva. Und wenn etwas bleibt in deinem Leben, ob schöner oder weniger schön, auch das bist du als Vishnu. Brahma, Vishnu, Shiva. All das bist du. Des Weiteren kannst du auch sagen Indra. Indra als Symbol aller Feinstoffwesen. Manche Menschen wollen mit Feinstoffwesen Kontakt aufnehmen. Andere haben Angst davor. All das bist du auch. Oder die ganze Welt, die auf dich zutritt. All das bist du. In diesem Sinne, höre auf, Trennungen zu machen. Überall ist letztlich deine wahre Natur. Mache dir bewusst, du bist das Bewusstsein hinter der ganzen Welt. Und du selbst manifestierst dich als alle Ereignisse, die auf dich zukommen. Du selbst manifestierst dich als diese vielen Menschen, die auf dich zukommen. Die Tiere, die Feinstoffwesen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Alles Manifestation des einen Höchsten Selbst. Denke darüber nach. Aber ganz praktisch, beschwere dich nicht über das, was gescheht und über das, was nicht geschieht. Für eine gewisse Weise, von einem höheren Standpunkt aus, hast du es irgendwo ausgesucht. Denn alles ist letztlich eine Spiegelung des Höchsten Selbst. Daher, beschwere dich nicht über das, was kommt. Beschwere dich nicht über das, was vergeht. Alles ist irgendwo ein Spiel des Bewusstseins. Ein Spiel deines Selbst.